Gute Verkäufe auf dem US-Marktplatz, die Designs füllen sich und endlich 2000 Verkäufe auf dem deutschen Marktplatz erreicht. Wir fangen mit meinem zweitbesten Marktplatz an, dem deutschen Marktplatz. Hier sieht es in den letzten Tagen echt ganz gut aus, gerade Freitag mit 8 Verkäufen, heute leider nur ein Verkauf. Ich nehme das Ganze jetzt hier Sonntag um 8 Uhr auf, aber ich denke mal, da kommt jetzt auch nicht noch viel mehr. Insgesamt bisher 73 Verkäufe im Oktober, 282,70 Euro an Einnahmen, 5 Returns. Auch hier habe ich jetzt endlich die 2000 Verkäufe erreicht und wenn wir uns hier die letzten Monate nochmal angucken, denke ich auf jeden Fall, dass der Oktober über dem September endet, vielleicht sogar über dem August. Mal gucken, wie die nächsten Tage werden. Die Werbung auf dem deutschen Marktplatz ist leider immer noch unprofitabel, ist ein bisschen besser geworden, aber halt immer noch unprofitabel. Bin da gerade noch am Umstellen, aber ich denke, das wirkt sich dann erst im November und Dezember aus. Dann kommen wir zu meinen Nebenmarktplätzen, fangen an mit dem japanischen Marktplatz, hier noch kein Verkauf. Spanischer Marktplatz, 6 Verkäufe diesen Monat mit fast 20 Euro an Einnahmen, läuft hier ganz gut, ist glaube ich auch der beste Monat. Ja genau, 8 Verkäufe, also hier sind noch 2 gecancelte Verkäufe dabei, aber dann sind es ja 6 Verkäufe und das ist der beste Monat, bisher auf dem spanischen Marktplatz bei mir. Dann kommen wir zu dem italienischen Marktplatz, hier ein Verkauf bisher in diesem Monat, französischer Marktplatz, ebenfalls nur ein Verkauf in diesem Monat und dann auch der letzte Nebenmarktplatz, der UK Marktplatz, hier 5 Verkäufe in diesem Monat. Und auch hier gucken wir uns nochmal die letzten Monate an und das könnte auf jeden Fall noch der beste Monat hier werden. Dann kommen wir jetzt zu meinem besten Marktplatz, dem US Marktplatz. Hier merke ich auf jeden Fall, dass insgesamt die Sales ein bisschen anziehen, deutlich kontinuierlicher jetzt hier Verkäufe, über 10 pro Tag. Gestern auch wieder ein sehr, sehr starker Tag mit 20 Verkäufen dabei gewesen und hier unten können wir auch schon sehen, 259 Verkäufe jetzt in diesem Monat, 1072 Dollar an Einnahmen und das in 22 Tagen. Im Vergleich zum letzten Monat können wir hier nochmal in der Monatsübersicht angucken, sieht man auf jeden Fall, dass dieser Monat auf jeden Fall der beste Monat jemals sein wird. Ich denke mal am Ende des Monats werden es so ungefähr 300 Verkäufe sein. Die Werbung auf dem US Marktplatz läuft auch immer noch sehr, sehr gut, immer noch profitabel. Ich glaube ein bisschen unprofitabler als letzte Woche noch, aber immer noch sehr, sehr gut und ich habe bei ein paar Kampagnen auch die Gebote nochmal ein bisschen nach oben angepasst. Insgesamt habe ich jetzt 4.415 Verkäufe, 306 Bewertungen. Heute bzw. gestern der Tag war jetzt nicht so gut, hier sogar 1 Euro Verlust momentan. Ich habe auch gerade mal reingeguckt in die Werbung, das liegt einfach daran, dass ich auf dem US Marktplatz ein Halloween-Design ein bisschen stärker versucht habe zu bewerben. Allerdings sind jetzt ein paar Größen und Farben nicht mehr lieferbar, was natürlich sehr, sehr schlecht ist. Ich hoffe natürlich, dass es zu November oder Dezember deutlich mehr an Vorrat da bei Amazon kalkuliert wurde und ich werde die Werbung da jetzt auch wieder zurückschrauben bei dem Halloween-Design, weil auch entscheidende Farben wie Orange nicht mehr lieferbar sind. Hier nochmal meine All-Time-Einnahmen, wie viel ich pro Verkauf bekomme, Return-Rate und Umsatz, den ich Amazon einbringe. In diesem Jahr bisher 3.183 Verkäufe, 14.245,88 Euro an Einnahmen, hier die Werbeausgaben und die Verkäufe durch die Werbung, ein Gewinn von ca. 6.000 Euro in diesem Jahr bisher und in diesem Monat bisher 315 Verkäufe, 1.431,3 Euro an Einnahmen und ein Gewinn von ungefähr 815 Euro. Damit jetzt schon fast so viel Gewinn wie im letzten Monat gesamt. Ich denke, dass ich auf jeden Fall diesen Monat die 1.000 Euro Gewinn erreichen werde. Ist auf jeden Fall mein Ziel, aber mal gucken, wie das jetzt mit den vielen Größen und Farben ist, die nicht mehr lieferbar sind. Hier dann nochmal die einzelnen Tage vom Oktober bisher, die letzten 90 Tage und meine All-Time-Verkäufe.